Der Angriff der außerirdischen Streitkräfte auf die Erde war grundlos und wurde nicht provoziert. Unsere Streitkräfte konnten anderen ihnen zurückschlagen, die auf ihrem Rückzug einen gentechnisch hergestellten Erreger hinterlassen haben, der die gesamte Erdatmosphäre verseucht hat. Aus diesem Grund ist die Erde unter Quarantäne gestellt worden. Wer sind Sie? Matthew Gideon, Käpt'n der Excalibur, Raumschiff der Sternenflotte der Erdallianz. Was wollen Sie? Ein Mittel gegen die Dragseuche finden, bevor Sie das Leben auf der Erde auslöschen. Wohin gehen Sie? Dahin, wo ich hin muss. Im Jahr 2267 geht das Raumschiff Excalibur auf eine Mission, die über die Zukunft der Menschheit entscheiden wird. Babylon 5 Crusade Die ultimative Science-Fiction-Serie Immer zuerst auf Video was eine Erdallianz Woo? Was? Bis zum nächsten Mal. Abonnement! Was?